hallo meine lieben freunde zu einem weiteren let's play mini metro ich habe ja schon das letzte mal angekündigt wir werden osaka machen dieses mal osaka habe ich noch nie gespielt ich weiß auch nicht was der shinkansen kann offensichtlich ist wahrscheinlich ein schneller eine schnelle U-Bahn und schneller eine schnelle keine ahnung tramvi also shinkansen ist so ein überschall überschall ist es vielleicht nicht aber halt ein sehr schneller zug schauen wir mal inwieweit das uns helfen wird ja ich werde wahrscheinlich auch danach keine mini metro folgen mehr aufnehmen so interessant sind sie dann auch wieder nicht ich glaube eher nicht ich werde möglicherweise irgendeine andere let's play zum besten geben danach ja und jetzt schauen wir mal wie in japan so die U-Bahn anfangen drei neue stationen und alles sind kreise wie unerwartet dann machen wir das auch so keine ahnung wow jetzt können wir nicht wieder rauf fahren geht das schaut fast so aus und was da so zu ja mal bitte mal naja jetzt müssen wir gar nichts anfangen ah naja ich füge eine sehr schnelle blog einer langen planlinierten zu hm nehmen wir zuerst einmal zwei logs bevor wir das machen schauen wir mal Für so lange Strecken wie das hier ist das wahrscheinlich sinnvoll. Aber noch bin ich mir nicht so ganz sicher. Vielleicht noch was. Oho. Oho. Ja, dann hätten wir das da. Dann machen wir das wieder weg. Das meinen sie also mit lang. Ah, ich könnte hier unten meine neue Bandlinie hin. Da könnte man dann, keine Ahnung, so einen machen, der so fährt. Ah, ich Gottchen. Das ist erschrecklich. Also. 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 Das ist ja cool. Da haben wir uns sogar an die Tings gespart. Einen Tunnel. Das heißt, wir können da so einen Tunnel bauen. Dann nehmen wir halt so einen Shinkansen mal. Und nehmen wir trotzdem noch eine Bandlinie auch. So. Sollen wir das mal ausprobieren. Ähm. Da werden wir ein wenig umbauen. Wenn wir diese blaue Linie zu einer Hochgeschwindigkeitstrasse umbauen. W sits. So. 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 Yes. So. Dann will man vielleicht noch... Aber da will ich lieber den hier haben. Und den hier nehme ich dafür daraus. Okay, vielleicht... Ich werde das so... 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 Okay, also das Ding ist wirklich schnell. Aber das Problem ist... Was bringt es uns, dass das so schnell ist? Wenn wir dann nichts zum transportieren haben. Und dann kann ich das so... Ich werde das so... Wenn ich das so schicke, dann muss ich das so schicke... Und dann kann ich das so schicke. Und zwei Luchs, wo ich noch eine Bahnlinie auf einem Waggon fangen kann. Die Tore fährt ganz großartig. Die Tore fährt ganz großartig. Was wir natürlich tun könnten. Neue Theoretik. Das da auflassen. Das da rauf verbinden. Mist, das geht sich nicht aus. Schau, es wäre zu schön gewesen. Dann hätten wir da so nicht viele von diesen Spezialdingern da verbinden können. Und das da werden wir aber... So abdecken. Machen wir das so. Fangen wir die Baune hoch im Kreis. Wir Alliance durchfliegen die Baune hoch nach. Moine Kriemнения sind in der Bauna hoch precedent. jedem sind in der Bauna hoch personas. Wir haben kiesische Aus heroes. Mar Webseleum – Sch Servo. Unter Campus des Ermerhauses. Wir nehmen die die Baune hoch werden. Wirürdigen dich an, wasn五 einmal hoch und gewinnen! Ich habe das Gefühl, dass ich das Gefühl habe. Und noch sind keine gröberen Katastrophen ausgebrochen. Langsam gleich habe ich ein wenig ein Gefühl für das Spiel, obwohl bei 1200 oder so werden wir wahrscheinlich trotzdem sterben. So, nehmen wir wieder zwei Logs, was noch Menschen kann. Nehmen wir mal zwei Logs. Tunnel in Tunnel. So, vor allem einen Log gleich einmal einsetzen da. Auf der Strecke. Okay. Oh, ich sehe gerade hier ist auch ein Hof. Oh, das ist ja auch ein Hof. Oh, das ist ja auch ein Hof. Oh, ich sehe gerade hier ist auch ein Hof. Das heißt, wir haben da eine gröber Lockner-Scheinbahn. Oh, nein. Das ist ja nicht so fett. Da haben wir alle dauerte ihre Loks ab. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Ich werde jetzt nicht zerkommen von mir. Ich werde jetzt warten bis sie da draus ist. So, jetzt fahre ich wieder auf dieser Strecke. Das passt schon. Wie machen wir das da jetzt? Können wir natürlich den Shinkansen da raus leeren, aber irgendwie... Gut, andererseits, sinnvollerweise müsste er eh ganz außen fahren. Da ist ein weiteres Dreieck, ein unbrauchbares. Was wir machen könnten ist, auf dieses Dreieck hier verzichten. So zu fahren und von hier noch hier her. Das ist es doch. Ist das etwas glatter jetzt? Unsere Probleme starten auf jeden Fall jetzt gerade. So, dann machen wir den Plan, der in diese Richtung fährt. Und die Gebiete. Die sich dann gleich zeigen, ob der Shinkansen da einfach drüber fahren kann. Für diese Kreuzung. Das ist ja etwas, was wir probieren müssen normalerweise. Das ist ja etwas glatt. Das ist ja etwas glatt. Warte mal, nehmen wir noch so einer oder nehmen wir zwei Luchs? Hm. Nehmen wir zwei Luchs und noch ein paar Dinge. Wir könnten... Dinge eigentlich nur drunter bleiben jetzt. Wir haben ja... So, warte mal. Verfehlt uns auf blau? Was? Die Wappenbote werden vom Shinkan. Tja, das dazu. Nicht einmal tausend Leute geschafft. Dabei ist es so gut gegangen am Anfang, aber ich habe nicht auf alles geschaut. Naja, okay. Also wie ihr seht, ich bin nicht gerade der Beste in diesem Spiel. Hint. Das ist sehr ärgerlich. Ja, wir werden uns vielleicht wiedersehen. Im Mini Metro vielleicht auch nicht. Ich weiß nicht. Vielleicht höre ich auf damit. So interessant ist das auch wieder nicht. Okay. Also, bis dann meine Lieben. Einen schönen Abend. Schlaft gut und träumt was schönes. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, das ist sehr wichtig.